Elmar Wepper ist tot. Der Schauspieler sei laut der Bild-Zeitung Dienstagmorgen im Alter von 79 Jahren plötzlich verstorben. Wie die Boulevardzeitung weiterberichtet, sei der TV-Star urplötzlich umgekippt. Er sei an Herzversagen gestorben. Wepper wurde vor allem durch Der Kommissar bekannt. Er stieg 1974 für seinen Bruder in die beliebte TV-Serie ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017